Das war die erste Annäherung. Man muss ja nicht gleich ein Tor schießen, zu bohren haben, um mal bei den Flosken zu bleiben. Oh, man muss ihn nicht in den Abseits. Das hat man uns ein bisschen anders vorgestellt. 1-0. Einmal nicht aufgepasst. Bisschen rumgewurschtelt. Und jetzt, zack, Gegentor. Ja, Daniel, das weißt du selber. Die musst du machen. Da hat sich die Michele locken lassen. So, machen wir mal wieder ein bisschen. Victor und Mayer haben aktuell die Seiten getauscht. Victor kommt jetzt über rechts, Mayer über links. Da hat Mama mal richtig draufgehauen. Oh, stark. Da kommen dann die Krake noch nach oben. Jetzt, ganz schön. esta kam Sie nicht. Ich bin ein bisschen mega krank. Ja, ich bin ein bisschen bei der Schrift tragen. Sehr stark von Klingel. Da war Hanno Behrens komplett durch. Jetzt wird es bitter. Mamba mit dem 3 zu 0. Und Felix Bickel pfeift sehr, sehr pünktlich ab.